...auf meiner 90-D und TVP volle Kraft voraus. Ja, ja, kennt ihr heute schon wieder von Volker Profi? Ich hab Hände sogar zwei. Ich hab einen Moment lang. Ich hab links und rechts ein Bein. Und jetzt winkel ich dir zu. Wow, das sind ja viele. Ein Applaus der Eltern für die Kinder, bitte. Also in einem ganz kleinen Rachen, bitte. Finde ich halt so.